Herzlich Willkommen jetzt hier zu einem neuen YouTube Video. Ich möchte erstmal Happy Birthday Bitcoin sagen, denn heute an diesem Tag am 3.1. feiern wir eben den 15. Geburtstag von Bitcoin. Und heute vor 15 Jahren ist das Netzwerk in Betrieb gegangen und wir haben den ersten Blog gesehen. Und was genau passiert ist, beziehungsweise wie sich alles eben dazu entwickelt hat, um was vor Bitcoin war und wie sich Bitcoin entwickeln wird und natürlich auch die ganzen Preisprognosen, vor allem fürs Jahr 2024, das werden wir uns heute anschauen und durchsprechen und das mal ein bisschen zelebrieren, weil es doch ein wirklich wichtiger Tag ist. Und aus diesem Grund, lasst uns gar keine Zeit verlieren und wir starten direkt rein. Let's go! So, wir starten nun direkt rein. Ich habe mal natürlich wieder hier eine Folie vorbereitet. Ich feiere das irgendwie, solche Folien zu machen. Und ja, hier starten wir direkt mit dem Geburtstag, mit der Geschichte von Bitcoin. Ich habe natürlich auch eine Videoreihe, wo das wirklich ganz ausführlich erzählt ist. Kann ich hier oben irgendwo mal verlinken. Ist eben ein Teil meiner Videoreihe, um Bitcoin zu verstehen. Aber kurz gefasst, seit Anbeginn der Menschheit bis im Jahre 2009 hatten wir nicht so eine Erfindung wie Bitcoin und mussten uns immer auf andere Dinge berufen, die halt immer irgendwo welche Schwächen hatten. Und selbst seit 1752, sehen wir jetzt hier, wo der Strom das erste Mal so wirklich erfunden wurde, der Generator erfunden wurde, war es immer noch ein extrem weiter Weg zu dieser Erfindung, die wir heute eben Bitcoin nennen. Und natürlich hatten wir lange Zeit Gold. Und Gold war auch vor allem am Anfang, als wir technologisch noch nicht so weit entwickelt waren und so, wirklich eine super Sache, weil wir genau wussten, okay, hier muss Energie und Zeit reinfließen, damit Gold geborgen wird. Da es nicht einfach aus dem Nichts entstehen kann und es hat eine gewisse Rarität. Allerdings, dann hier 1971, wissen wir alle, was da passiert ist. Der Goldstandard wurde aufgehoben. Richard Nixon hat gesagt, hey, Gold, no, der Dollar ist nicht mehr gedeckt, damit wir eben weiter unsere Kriege finanzieren können und, und, und. Alles natürlich nur temporär. Am Ende wissen wir natürlich alle, ist das alles eine Lüge gewesen. Und da ist auch Gold am Ende gescheitert. Kurz darauf sind wir natürlich auch technologisch so weit vorangeschritten, sag ich mal, dass Gold auch heute gar nicht unsere technologischen Anforderungen überhaupt sättigen und stillen könnte. Und dann kam natürlich auch im selben Jahrzehnt, also in den 70ern, die ganze asymmetrische Verschlüsselung und Technologien wurden weiterentwickelt und das Internet wurde weiterentwickelt. Es war zwar noch nicht für die große Masse, so wie wir es heute kennen, zugänglich, aber es war natürlich schon da, vor allem für das Militär. Und da hatte man halt einfach eine gewisse Angst. Und deshalb ist halt auch in den 80ern das erste Mal so eine Idee eines dezentralen Geldes oder einem unabhängigen Geldes von Staaten entstanden. Also da war sozusagen das erste Mal die Idee, vor allem weil man Angst hatte, dass der Staat Verschlüsselungen, also kryptografische Verschlüsselungen verbietet und dadurch halt einfach immer die Möglichkeit hat, alles zu lesen. Dass man eigentlich zu einem gläsernen Bürger wird und der Staat am Ende, vor allem durch das Internet, am Ende alles anschauen kann und alles sich ins Internet verlagert und man gar keine Privatsphäre mehr hat. Heutzutage scheißen wir ein Stück weit unsere Privatsphäre in vielen Dingen, aber damals war das wirklich ein großes Thema und so ist auch erst überhaupt diese Bewegung Cypherpunks entstanden und dieser ganze Gedanke eines dezentralen und anonymen Geldes. Und das hat sich natürlich weich entwickelt, aber wir haben trotzdem 28 Jahre gebraucht und viele Ansätze, viele kluge Köpfe und viele Entwicklungen, wie zum Beispiel Proof of Work, die Blockchain oder Merkle Trees, Hashing und all diese Sachen oder Chart 256, elliptische Kurven, Kryptografie, all das haben wir gebraucht, um dann in 2008 endlich ein Protokoll herauszubringen, das White Paper, wo dann eine finale Lösung für dieses Problem eben sein kann, was dann eben am Ende Bitcoin war und 2009 ist das Ganze online gegangen. Also da ist das Kind sozusagen geboren und all diese Zeit haben wir eigentlich auf diesen Punkt gewartet. Und das ist wirklich das, was wir heute feiern und was ich auch so besonders an Bitcoin finde, vor allem dieser Werdegang. Und wenn wir uns mal ganz kurz natürlich die preisliche Entwicklung anschauen, ich will nachher noch ein bisschen intensiver darauf eingehen, aber wenn wir uns einfach mal kurz anschauen und das einfach mal ein bisschen auf uns wirken lassen, was eigentlich hier passiert ist. Also wir sind jetzt hier eigentlich, also es ist nicht ganz richtig, hier geht es bei 2016 los, ich wollte ein Screenshot machen bei meinem PC, es hat nicht funktioniert und lange Rede, kurzer Sinn, wir sind ungefähr 2010 oder kurz vor 2010 ungefähr bei 5 Cent gestartet und sind jetzt mittlerweile Stand 3.1. bei über 45.000 Dollar. Natürlich, wir waren schon höher, aber wir sehen einfach, dass das zum jetzigen Stand eine Verneunhunderttausendfachung ist. Also es war an sich das beste Investment, was man je hätte machen können und wird es laut meiner Meinung nach auch noch in Zukunft sein, plus natürlich noch diese ganzen anderen Benefits, die Bitcoin hat. Es geht ja nicht nur um Rendite natürlich hier, also vor allem für mich nicht, aber es ist wirklich krass. Wenn wir uns das mal anschauen, egal fast wann man eingestiegen wäre, man wäre auf jeden Fall im Plus, vor allem wenn man ein DCA gemacht hätte, dann wäre es auch egal gewesen, wäre man hier oben eingestiegen bei knapp 70.000, dann wäre man trotzdem jetzt im Plus. Also egal wann man eingestiegen wäre, man wäre im Plus. Und das ist halt einfach so eine krasse Sache und da ist noch lange nicht Schluss. Ich sage ehrlich, es ist nur eine Frage der Zeit, wann wir höhere Preise sehen beziehungsweise jeden Preis mal sehen werden. Vor allem, wenn die Adaption von Bitcoin noch weiter vorangeht. So, jetzt möchte ich aber ganz kurz auf mempool.space gehen, denn hier wollen wir jetzt mal ganz genau anschauen, was eigentlich passiert ist beim allerersten Block und vor allem auch wann der zweite Block gemeint wurde beziehungsweise wann eigentlich das erste Mal so wirkliche Transaktionen gemacht wurden. Und das ist eigentlich relativ einfach. Also mempool.space, da kann jeder draufgehen, dann sieht man auch, wie viele Gebühren man gerade momentan hat, wie allgemein die Hashrate aussieht und und und. Man kann da wirklich alles sehen. Und wenn wir jetzt hier oben einfach mal nach Blöcken suchen, man kann einfach eine Zahl eingeben, Block 0, und dann klicken wir Enter, dann sehen wir hier am 3.1. um 19.15 Uhr, ich weiß jetzt nicht, ob das deutsche Zeit ist oder welche Zeit das ist, aber auf jeden Fall 19.15 Uhr, vor 15 Jahren, wurde das Ganze hier ins Leben gerufen. Und wir sehen jetzt hier auch, da waren 50 Bitcoin sozusagen als Vergütung dafür, dass man einen Block gefunden hat. Allerdings wurden die jetzt hier nicht ins Netzwerk geleitet, sondern erst beim ersten Block, also der hier sozusagen. Und der ist auch erst einige Tage später gemeint worden, also erst sechs Tage später. Die ersten 50 Bitcoin sind sozusagen verschollen, mehr oder weniger, wenn man es jetzt ganz vereinfacht sagt. Und ja, hier wurde sozusagen der zweite Block gefunden und ab dann gab es so eine gewisse Regelmäßigkeit, bis sich das eben bei diesen zehn Minuten eingependelt hat. Und wenn wir jetzt hier auch mal so sehen, selbst hier bei Block 35, 36, 37, hätten wir immer nur eine Transaktion, also diese Coinbase-Transaktion, die wo man als Miner bekommt, wenn man eben einen gültigen Block gefunden hat. Und erst bei, ich glaube, es war bei Block 170, ähm, 170, genau, haben wir hier zwei Transaktionen. Also da war, soweit ich weiß, ich hoffe, ich tue mich jetzt hier nicht verkalkulieren, aber da war die zweite Transaktion zu Helfini. Also Helfini war auch damals ein früher Entwickler an Bitcoin und der hat sozusagen Satoshi Nakamoto, der ja immer noch anonym ist, geholfen sozusagen, das Ganze gescheit aufzusetzen und Fehler zu beheben. Und da war sozusagen die erste Transaktion von 10 Bitcoin, glaube ich, waren das jetzt hier. Sozusagen hier ist die, ja genau, von 10 Bitcoin. Hier unten ist die Adresse, die Rücksende-Adresse sozusagen. Und man sendet immer den ganzen Betrag und dann kriegt man hier wie so Wechselgeld. Also 10 Bitcoin wurden jetzt hier gesendet an Helfini aus Testzwecken natürlich. Damals hatte Bitcoin noch gar keinen Wert. Heute wäre natürlich 10 Bitcoin unglaublich viel Geld, aber damals hatte das wirklich gar keinen Wert, weil es auch nicht auf Börsen gelistet war. Aber ist auf jeden Fall sehr, sehr krass. Und selbst dann, wenn wir jetzt hier auf Block 200 gehen und sowas, also hier sehen wir immer noch eine Transaktion. Es hat wirklich lange gedauert, bis Bitcoin eine gewisse Größe hatte, um genutzt zu werden. Wir gehen jetzt hier mal auf Block 10.000. Mal sehen, wie es hier aussieht. Ja, und hier sehen wir immer noch eine Transaktion. Okay, wir gehen mal auf Block, lass es mal 50.000 sein und mal schauen, wie es da aussieht. Immer noch eine Transaktion. Also wir sehen, es hat wirklich unfassbar lange gedauert und es gab auch einige Bugs am Anfang. Also es war wirklich so, dass Bitcoin oft kurz vorm Ausstand und auch easy mit einer 51%-Attacke überholt hätte werden können, also beziehungsweise, ja, gehackt werden können oder halt einfach zerstört werden können. Und es war wirklich so fragil, aber dadurch auch irgendwie sicher, weil es so etwas Neues war und dadurch es keiner auf dem Schirm hatte und es sich im Schatten heraus entwickeln konnte. Nicht von oben herab, von der Regierung, sondern aus dem Schatten heraus, von den Menschen selber, aber für die Menschen und deshalb so lange unterm Radar war und erst als es stabil, groß und sicher war und vor allem dezentral, sind eben diese ganzen großen Firmen oder die meisten Leute darauf aufmerksam geworden und natürlich jetzt am Ende auch BlackRock, Fidelity und wie sie nicht alle heißen, die jetzt auf Bitcoin einen Spot ETF haben möchten. Und das ist wirklich eine sehr, sehr gute und krasse Errungenschaft, die man wirklich nicht unterschätzen darf, die Bitcoin einfach geleistet hat, beziehungsweise Bitcoin sind am Ende wir Menschen, die wir kollektiv zusammen geleistet haben. Und das ist wirklich super, super cool. So, aber welche ursprüngliche Sache oder Problem hat eigentlich Bitcoin am Ende gelöst und was für eine Erfindung war es? Viele denken ja immer noch, ja, Bitcoin soll einfach irgendwie Gold, digitales Gold sein oder, jo, ist halt, soll irgendwie verteilt, dezentral sein, so, ne, oder ist halt Spekulationsobjekt. Aber die meisten verstehen gar nicht, was Bitcoin eigentlich ursprünglich für ein Problem lösen sollte. Natürlich habe ich schon ein bisschen angeschnitten mit der Angst vor Staaten, dass sie die Macht im Internet haben über das Geld, über Privatsphäre, über Kryptografie und sowas. Das war natürlich ein sehr, sehr starker Beweggrund. Aber am Ende ging es auch darum, ich habe es jetzt hier aufgeschrieben, dass man einen digitalen Nachweis über erbrachte physische Energie und Zeit hat. Genau wie bei Gold, man wusste ganz genau, man muss viel Gold, also um viel Gold zu bekommen, muss man es suchen, man muss es bergen, man muss Löcher buddeln, man muss es, also man muss es raushieven, man muss es bearbeiten, man muss es schmelzen und, und es ist ein ewig langer Prozess, auch es irgendwo hinzubekommen, es ist schwer, man braucht viel Leistung oder Kutschen, um es irgendwo hinzubekommen und sowas. Also man wusste, hier ist wirklich viel Energie und Zeit reingeflossen und es ging nicht ohne. Und genau so ist es auch bei Bitcoin. Wir wissen, wir haben eine gewisse Difficulty und dass hier immer Energie und Zeit reinfließt über das Proof of Work. Ich habe das auch alles wirklich ganz einfach und gut erklärt in meiner Anfangsreihe, also einfach mal gerne reinschauen, falls euch das interessiert, wie genau dieser Prozess funktioniert und wie genau Bitcoin Energie und Zeit eben bündelt mit diesem Proof of Work. Auf jeden Fall ist es nicht möglich, das Ganze zu fälschen und das war natürlich sehr, sehr wichtig und aber auch das überprüfbar zu machen und das in einem dezentralen Rahmen und das unabhängig als digitales Speichermedium. Und dazu dient die Blockchain. Die Blockchain ist eigentlich gar nicht so effizient und eigentlich so besonders, wie viele immer behaupten. Es dient eigentlich nur dazu, diesen physikalischen Nachweis überprüfbar, dezentral für alle unabhängig von zentralen Einheiten und Regierungen einsichtbar zu machen und überprüfbar zu machen. Also darum geht es und dadurch fungiert es auch als eine gewisse Art von Speichermedium, vor allem, weil es ja auch eine gewisse Art von Geld ist oder es ist, besser gesagt, Geld. Es erfüllt zwar noch nicht alle Eigenschaften von hartem Geld, aber fast alle Eigenschaften. Deswegen ist es auch ein Speichermedium von eben geleisteter Energie und Zeit eines jeden Individuums. Außerdem hat es auch das Problem gelöst der Zentralität in der Hinsicht, dass man sagt, okay, wir haben hier etwas Kollektives, was nur kollektiv steuerbar ist. Also es bedeutet, nur die gesamten Nutzer, also alle Node-Betreiber, alle Miner und alle Nutzer zusammen, können eben entscheiden, was mit Bitcoin passiert, in welche Richtung es geht. Und das jetzt momentan, vor allem bei der Größe, auch sehr, sehr langsam, damit eben sowas wie Fehler nicht passieren. Und wir sind halt nicht wie bei anderen Altcoins in der Situation, wo große Unternehmen einfach sagen können oder halt diese ganzen Tech-Unternehmen sagen können, ja, wir wollen das schneller, wir wollen das so ein bisschen besser machen, das ist einfach eine Lücke, ist egal, wir machen das mit uns im Discord-Surfer wieder richtig. So, das haben wir halt nicht, wo dann einfach irgendwas zentralisiert aufgeputscht wird und Hauptsache, man verdient irgendwie Geld. Darum geht es nicht. Hier geht es darum, ein Gemeinschaftsgut zu haben, welches allen gehört und alle können entscheiden, was am Ende passiert und die beste Erfindung oder Idee am Ende setzt sich durch. Genau. So viel erstmal dazu. Das hat natürlich ein paar gewisse Folgen, wo ich auch schon ein bisschen näher drauf eingegangen bin, aber am Ende haben wir halt dadurch einen gewissen Vorteil, dass wir halt weg von dieser Machtzentralisierung gehen, die eben vor allem durch das Fiat-Geld halt einfach passiert, weil die, wo halt näher am Cantignoreffekt sind, die, wo halt näher an der Geldquelle sind, halt immer gewisse Vorteile haben, vor allem, weil wir auch leider sowas wie Inflation unterliegen und dadurch halt sich Dinge früher leisten können und vor allem auch dann wieder mehr und neue Kredite haben können und so natürlich auch viele Zombie-Firmen entstanden sind. Ist ja ein Riesenthema, aber darum soll es heute nicht gehen. Habe ich auch schon in einigen Videos erklärt zum Thema Geld auf jeden Fall. Aber was Bitcoin oder einfach hartes Geld im Allgemeinen macht, ist eine Machtdezentralisierung, weil halt einfach gewisse Strukturen einfach uneffizient werden und eine Dezentralität sich dann immer mehr lohnt und Zentralität bestraft wird, vor allem, wenn es dann noch sowas wie eine Deflation gibt, vor allem durch technologischen Fortschritt. Also wirklich eine super spannende Sache. Muss man sich auch natürlich noch etwas intensiver und genauer anschauen, aber ist es auf jeden Fall wert. So, nun gehen wir ganz kurz auf die Vorteile von Bitcoin ein. Wir haben jetzt so ein bisschen rausgehört, okay, wie ist Bitcoin entstanden, was war der ursprüngliche Gedanke, wie ist es dann weitergegangen, welchen Sinn hat Bitcoin und sowas. Jetzt gehen wir noch ganz kurz auf die Vorteile drauf ein, um einfach das Ganze ein bisschen abzurunden. Also auf jeden einzelnen Punkt könnte man wieder stundenlang reden, aber ich will es einfach nur ganz kurz zusammenfassen und wenn irgendwas euch davon interessiert, lasst es gerne in den Kommentaren da. Dann können wir noch mal intensivere Videos zu einzelnen Punkten natürlich machen. Also natürlich das erste, schuldenlose Erschaffung. Das ist jetzt ein Punkt, der ist auch ein bisschen deeper, was damit gemeint ist, aber ursprünglich kann man natürlich auch meiner über Kredite erwerben. Aber was eher damit gemeint ist, ist, dass das nicht inflationierbar ist und die Menge ausweitbar ist, weil man zum Beispiel sagt, okay, ich habe jetzt hier doppelt so viel Rechenleistung und habe dafür zum Beispiel Schulden gemacht und jetzt kann ich auch viel, viel, viel mehr Bitcoin aus dem Nichts erzeugen. Nein, wir sind immer bei 21 Millionen und die Difficulty wird natürlich auch alle 2016 Blöcke angepasst. Also, okay, hier ist ein bisschen nicht ganz genau, was damit gemeint ist, aber ich habe es jetzt ein bisschen erklärt. Aufwendige Erschaffung, also das ist das Proof of Work, was ich eben gemeint habe, dass Energie und Zeit immer reinfließen muss. Schwere Manipulation oder einfach, man kann es schwer manipulieren. Das bedeutet einfach so viel, dass man ja immer kollektiv entscheiden muss, ob jetzt Bitcoin einen gewissen Weg eingeht und wenn man das selber halt manipulieren wollen würde, müsste man halt so viel Rechenleistung aufbringen, dass das monetär unmöglich oder gar keinen Sinn macht, vor allem auch durch die thermodynamische Absicherung, dass sich Energie halt nie an einem Punkt zentralisieren kann. Dann natürlich vertrauenslos, du musst nicht mir vertrauen, ich muss nicht dir vertrauen, niemand muss sich gegenseitig im Netzwerk vertrauen, du kannst alles selber überprüfen und ja, checken, ob das alles so passt oder nicht. Dann natürlich absolut limitiert, also bedeutet, wir sind hier wirklich auf 21 Millionen oder knapp auf 21 Millionen eben begrenzt, die werden wir auch nie erleben, die werden vermutlich im Jahre 2141 erst sichtbar sein und bis dahin sind wir vermutlich alle schon tot, aber in unserer Lebzeit werden wir so knapp 20,5 Millionen oder sowas sehen und auf jeden Fall nie mehr. Dann kaum zensierbar, also man könnte zwar schon einzelne Blöcke zensieren, machen ja auch bestimmte Pools, aber das lohnt sich monetär langfristig einfach nicht, weil am Ende natürlich die Miner einfach Geld verdienen wollen und die, wo zensierend verdient, am Ende weniger Geld und natürlich werden das auch nie alle Miner sein, die zensieren. Dann alle sind gleichberechtigt, auch eine ganz wichtige Sache, wir sind hier nicht beim Proof of Stake, wo du, wenn du mehr Coins hast, auch mehr Rechte im Netzwerk hast, hier ist es egal, ob du 0,001 Bitcoin hast oder eine Million Bitcoin hast, du hast dieselben Rechte im Netzwerk. Dann haben wir durch die Anreize von Bitcoin und Proof of Work und hartem Geld halt einfach eine Anreiz zum Sparen, also sprich eine niedrige Zeitpräferenz, dann sind wir natürlich physikalisch gedeckt, wir haben hartes Geld, also fast hartes Geld, es gibt einen Punkt, der leider nicht erfüllt ist, dass Bitcoin ein konstanter Wertspeicher ist, weil es noch sehr volatil ist, zumindest in Fiat gemessen, aber über einen langen Zeitraum haben wir hier auf jeden Fall ein sehr stabiles Geld. Dann sind wir dezentral, entsprechend den digitalen Anforderungen, nicht so wie Gold, weil wenn du heute mit Gold bei Amazon bezahlen willst, dann hast du einige Probleme und das dauert auf jeden Fall sehr, sehr lange. Dann ist es natürlich nachhaltig, vor allem was die Energienutzung angeht, sieht man vor allem in Mexiko, da nutzen sie, um das Stromnetz zu stabilisieren, also das Mining. Dann ist es natürlich Pseudonym, gut heutzutage ist das ein bisschen hinfällig, weil man natürlich immer seinen KYC machen muss, aber theoretisch können wir das ganze Pseudonym auf jeden Fall gestalten. Bitcoin ist eine Art von Zeit, eine große Uhr, mehr oder weniger, dazu habe ich auch mal ein Video gemacht, ich kann es hier irgendwo mal verlinken, wenn ich es nicht vergesse, ansonsten schaut einfach in meiner Videoreihe, in meiner Your Bitcoin Academy Videoreihe für Anfänger und Bitcoin kann am Ende alles sein, weil wir uns kollektiv dafür entscheiden, wenn wir irgendwelche Funktionen nutzen wollen, die auch irgendwelche besonderen Altcoins nutzen wollen, dann können wir das gerne machen oder können es natürlich in Second Layern, also aufbauend auf Bitcoin, ohne das Fundament zu ändern, sozusagen zusätzliche Funktionen implementieren und sind somit frei und können machen, was wir wollen und Bitcoin kann zu dem werden, was es sein soll. So, kommen wir nur zum letzten Punkt, um das Ganze abzurunden, weil wir haben jetzt hier schon 20 Minuten auf der Uhr, deshalb Bitcoin im Jahre 2024. Also, wir werden vermutlich vier Dinge sehen. Das erste wird sein, Bitcoin Spot ETF vom BlackRock und wie sie nicht alle heißen, sind wir auch schon eingegangen und hört ihr auch wahrscheinlich überall da draußen, auf X und auf YouTube und sowas, muss ich nicht tiefer erläutern, aber vermutlich zwischen dem 8. und 10. Januar oder dann im März werden wir die ersten Bestätigungen der SEC gegenüber den Spot ETFs sehen. Dann, die Zinsen werden sich wahrscheinlich senken beziehungsweise wird die Fed sagen, hey, wir hatten jetzt genug hohe Preispolitik, wir müssen jetzt hier wieder ein bisschen runter, gell? Und es kann natürlich dann auch am Ende gut sein, weil natürlich Geld günstiger wird und wenn Geld günstiger wird, dann kann man mehr davon aufnehmen, vor allem große Firmen und wenn große Firmen mehr davon aufnehmen können, dann können sie auch mehr investieren. Vor allem, wenn es dann sowas gibt, wie ein Vehikel, ein Spot ETF, weil es natürlich so einfacher für Unternehmen ist, die können nicht einfach so Bitcoin kaufen. Dann werden wir das Bitcoin Halving sehen, also alle 210.000 Blöcke wird sich ja der Block Reward sozusagen halbieren und da werden wir ungefähr am 21. April, kann sein, dass es ein bisschen runter, ein bisschen hoch geht, es hängt ein bisschen von der von der Difficulty auch ab und wie die Hashrate steigt und alles drum und dran. Habe ich auch einige Videos dazu gemacht. auf jeden Fall werden wir da von 6,25 auf 3,125 Bitcoin eben runtergehen und dadurch haben wir auch immer einen sehr krassen Bullrun gesehen, ob es jetzt wegen dem Halving war, ob es wegen der Psychologie der Menschen war oder wegen der Geldpolitik oder sowas, sei es mal dahingestellt, auf jeden Fall historisch gesehen haben wir da immer eine Rallye gesehen oder zumindest den Start des Bullruns und wir sehen oder werden vermutlich eine höhere Adaption sehen, vielleicht sowas wie Länder werden sich für Bitcoin entscheiden, wie El Salvador unter anderem das auch als Leitwährung nutzen oder wir werden sowas sehen, dass einfach Regulatorien vereinfacht werden oder besser gemacht werden, sowas wie jetzt in den USA, wo Ende 2024, Anfang 2025 die Regulatorien für Unternehmen nochmal vereinfacht werden und sowas werden wir, denke ich, in großem Stile sehen, weil die Länder, Regierungen, Staaten, Organisationen einfach sehen, dass es nicht anders geht. Entweder sie gehen mit Bitcoin oder sie gehen unter und werden von Bitcoin überrollt. Also es gibt nur diese zwei Möglichkeiten. Bitcoin ist da, umzubleiben und aus diesem Grund werden wir diese vier Dinge höchstwahrscheinlich sehen und das wird den Preis massiv beeinflussen, denn der Preis ist ein Indikator für die Adoption und ich sage, ich mache jetzt hier eine Prognose, Achtung, Glaskugelwissen, hier sage ich in diesem Video, ihr könnt es gerne festnageln an die Pinnwand und zwar, ich sage 80.000 Dollar bis Ende des Jahres sehe ich als realistisch, bedeutet nochmal knapp 100%. Ich lasse mich gerne beirren, wenn es weniger ist, auch fein, wenn es mehr ist, doppelt fein und ansonsten hoffe ich natürlich, dass euch das Video gefallen hat und dass ihr auch jetzt hier wirklich anfangt, euch mit der Thematik auseinanderzusetzen und falls ihr Bitcoin kaufen möchtet, kann ich euch nur Relay empfehlen. Ich gehe mal kurz auf die Website, die ist hier und ja, habe ich auch schon ein Video drüber gemacht, super einfach in der Nutzung, innerhalb von 20 bis 30 Sekunden heruntergeladen, man hat seine eigenen Keys, es ist super, super einfach, egal ob du jung, alt, mittelalt, mittelhalb alt bist, es ist wirklich scheißegal, du kannst es wirklich, man kann es wirklich super einfach nutzen, kann ich einfach nur empfehlen und wenn ihr meinen Code benutzt, der ist unten in der Videobeschreibung, bekommt ihr auch nochmal einen kleinen Rabatt. Genauso auch die Bitbox, falls ihr einfach ein Hardware Wallet haben wollt, wo nur ihr Zugriff habt und ihr eure eigene Bank seid, dann kann ich eben nur hier die Bitbox empfehlen, auch eine super Sache, Schweizer Unternehmen und finde ich persönlich die beste Hardware Wallet auf dem gesamten Markt, auf der ganzen Welt, kann ich euch nur empfehlen, über meinen Link unten könnt ihr es gerne holen, wenn ihr mich unterstützen wollt, ansonsten nicht, ist auch egal und wir sehen uns beim nächsten Video, lasst gerne, falls euch das gefallen hat, ja, hier unten ein Like und ein Abo da und feiert den Bitcoin Day, heute der dritte, erste, gerne mit euren Freunden, Familie, Kindern, wie auch immer und wir sehen uns natürlich beim nächsten Video, falls ihr Videoideen habt, lasst es mich gerne unten wissen und ansonsten bis zum nächsten Mal.